hallo und herzlich willkommen zu manuel am abend live hier aus den niederlanden wir waren vorige tage in spanien dann wieder in ein zwei folgen in deutschland und jetzt wieder in einer folge in niedergang ja und so laufen wir hier in bredefort am see und lang und so ist das dann auch ja und so laufen wir hier in den niederlanden ja und unten ist das graz um ein bisschen leiser zu laufen ich kann natürlich auch hier laufen aber da läuft ein bisschen dampf da und wenn man dann hier so läuft ist es auch ganz schön ja mal am abend freund ich freue mich wie gesagt dass ihr eingeschaltet habt heute ist wieder ein prächtiger tag und so laufe ich hier am see eine runde und ja mal schauen wie es weitergeht die vielen blumen hier am see ja ich muss jetzt wieder schluss machen wir sehen uns morgen wieder zum neuen abend bis dahin und tschüss